Hallo ihr Lieben, es ist wieder Mio-Zeit, ich darf dir wieder meine Sachen präsentieren. Am Freitag ist ja Black Friday im Handel und deswegen habe ich mir überlegt für euch auch so ein paar Black Friday Schnäppchen zu machen. Unter anderem ist die Magic Paint in jeder Größe, in jeder Farbe minus 25% reduziert. Ich zeige dir jetzt auch noch Sachen, die minus 25% sind und vielleicht finde ich noch was. Also schau auf jeden Fall in die Kategorie, es wird eine extra Kategorie sein mit Black Friday und es kann leider nichts reserviert werden. Also die Aktion ist natürlich im Onlineshop, aber auch im Geschäft. Das heißt, wenn du jetzt sagst, bitte leg mir die Magic in der Größe 1 in dunkelbraun und in schwarz auf die Seite, ich komme am Freitag, das kann ich leider nicht machen. Du musst sie bitte im Onlineshop kaufen, weil wenn du sie dann probierst und sagst, nein, ich nehme sie doch nicht und in der Zwischenzeit hätte es gerne eine andere online gekauft und sie gibt es dann nicht mehr, ist blöd. Deswegen bitte ich dich, dass du sie im Onlineshop gleich kaufst. Wenn Versandkosten anfallen und du aber daherkommst und ich sie eh nicht verschicke, gebe ich dir die gleich wieder zurück, die Versandkosten. Das ist überhaupt kein Problem. Will ich dir noch was sagen? Nein, wir haben wieder Donnerstag, Freitag, Samstag geöffnet. Ich selber bin am Freitag da. Wir haben auch wieder eine Modeparty am Abend, eine private. Wenn du das einmal gerne mit deinen Mädels machen möchtest, wenn ihr ins Geschäft kommen wollt, das macht man dann immer so ein, zwei Stunden noch am Abend. Von 17 bis 19 Uhr findet die jetzt statt. Da seid ihr unter euch. Ich habe ein Sekt für euch. Ihr macht das da gemütlich und probiert es. Das ist richtig nett. Oder das geht natürlich online auch. Ich habe, glaube ich, letzte Woche oder vor zwei Wochen eine Online-Modeparty gemacht mit deinen Leuten. Du brauchst nur eine WhatsApp-Gruppe gründen und du bist in beiden Fällen immer umsatzbeteiligt natürlich. Gut, dann starte ich gleich einmal mit meinem Outfit. Da ist eben viel, minus 25%. Ich fange gleich einmal mit der Tasche an. Das ist eine richtig edle, schöne Tasche. Da ist sie mit Gold. So kannst du sie öffnen mit einem großen Zip. Da hast du dann Hirnfach, Hirnfach und es gibt auch einen langen Durst, um sie cross-overzutragen. Oder du hast sie, ich finde sie halt eigentlich schicker, so kurz oder wenn man so dann damit geht. Die ist halt richtig schick, richtig nobel, finde ich. Wäre auch ein schönes Weihnachtsgeschenk schon. Dann gibt es in diesem wunderschönen Fliegel, das ist so modern, das ist im Winter und das wird uns auch noch im Frühling begleiten. Dann gibt es die Tasche noch in so einem wunderschönen Grün. Kostet 59 Euro und ist eben minus 25%. Und einmal in schwarz. Und zeige ich dir gleich alle. Die habe ich privat. Die ist mit schwarz. Oder die gibt es auch mit dunkelbraun. Die kostet 40 Euro, ist auch minus 25% und hat auch einen langen Gurt. Du kannst sie auch, ich habe halt alles offen. Mit einem Zip ist sie wieder, hat so Seitenfächer. Den Rucksack gibt es auch in schwarz und dunkelbraun. Und den kannst du wie ein Rucksack tragen oder auch als Tasche. Also da kann man die Henkel wieder so kombinieren, also wieder so tragen, dass sie als Tasche oder als Henkel. Und du hast da hinten auch ein Zipfach. Da ist mit dem Druckknopf. Hat dann auch einen Zip. Und da hast du auch wieder Seitenfächer drin. Der Rucksack kostet 39 Euro, minus 25. Dann habe ich hier noch tolle Taschen. Die stelle ich mir halt jetzt auch für Weihnachtsfeiern zu Fortgehen. Ist das einfach eine, wie eine Klatschschotte, auch schön dünn aus veganem Leder. Die kostet nur 25 Euro und ist jetzt noch minus 50%. Das ist so ziert in dieser Gurt. Und wie gesagt, die finde ich, wenn du schicker essen gehst, wenn du fortgehst. Zur Weihnachtsfeier ist das einfach ein eleganter Begleiter als die riesige Handtasche, die du im Alltag trägst. Gibt es in vier Farben. In dunkelblau, schwarz habe ich dir gerade gezeigt, in rot und in grün. Das waren jetzt die Taschen. Dann habe ich hier diese wunderschöne Weste mit diesen Goldbündchen. Passt auch von Größe 38 bis 42, 44, wie es die tragen können. Da hat so diese Puffärmel, die hat 39 Euro gekostet und ist auch minus 25%. Da habe ich jetzt dieses Shirt kombiniert, das ist die Kette dabei. Das hinten ja so länger ist, das gibt es noch in schwarz und in camel. Kostet 28 Euro, ist regulär, ist einfach ein Basic Shirt. Und dann habe ich hier die Magic, die Größe 1 in Lila und die gibt es auch in Größe 2 in Lila. Und ich finde das auch schön, da habe ich ja die neuen Schuhe, die ich da letzte Woche zeige. Ich glaube, die kosten 47 Euro oder 49 Euro. Sind auch regulär, aber das ist doch auch eine schöne Kombi, dieses Beige mit Lila, mit Flieder mal kombiniert. Mag ich irrsinnig. Die Weste gibt es auch in Blau und das zeige ich dir jetzt auch. Da habe ich es jetzt ein bisschen mit Happy Size kombiniert, die Weste. Also die sind in diesem schönen Blau und eben das Gold ist halt jetzt auch perfekt für diese schöne vorweihnachtliche Jahreszeit. Und auch weihnachtlich und das ist eh was ganz Jahres, aber ich finde halt jetzt ist es halt perfekt gerade. Ich habe da noch eine Ledertasche, die habe ich ja in vielen Farben gehabt, die hat 49 Euro gekostet. Die kostet schon nur mehr 39 Euro, echtes Leder und ist eben jetzt im Black Friday und ist nochmal minus 25 Prozent reduziert. Du hast hier ein kleines Fach, ich habe die auch privat gehabt in Beige von meiner Liebe, liebe Nina von Liebesblick. Die hat es mir gleich gebrandet mit meinem Logo drauf. Ich weiß nicht, ob sie die noch im Sortiment hat. Auch ein Liebesgeschenk gleich Werbung für meine liebe Nina von Liebesblick aus Mitterndorf. Ich habe eben nur mehr diese eine um 39 Euro minus 25 Prozent Rabatt im Black Friday. Dann habe ich dir die beste gezeigt, dann habe ich hier auch einfach ein Standard-Ding bei mir im Geschäft. So ein Happy Size, das passt bis 46. Ist das aus reiner Baumwolle oder mit Elastan? Ja, 95 Prozent Baumwolle, 5 Prozent Elastan. Nahtlos ist das. Also einfach ein schönes Basic-Shirt. Und dann habe ich hier wieder eine Jeans aufgestockt und da bin ich jetzt richtig stolz, muss ich sagen. Vor kurzem ist eine neue Kundin, einfach Laubkundschaft aus Bottendorf, reingekommen für Größe 46 und hat gesagt, sie braucht eine Jeans. Und ich habe ihr eine gegeben, das war die und die hat sofort gepasst. Und das finde ich einfach, auf das bin ich richtig stolz, weil ich habe mir früher so schwer getan, eine gute Jeans zu finden. Ich bin in zig Geschäften gelaufen. Es dauert einmal, bis du wirklich eine Firma findest oder eine Marke oder ein Geschäft, wo du sagst, die Jeans, die passen mir. Und ich finde halt, dass ich richtig super Jeans habe. Also es ist wirklich in den meisten Fällen so, dass die immer passen und gefallen. Also ja, da muss ich echt sagen, super, das freut mich riesig, weil ich finde, es gibt nichts frustrierender, als wenn du öfter probierst, die Hose, die passt nicht, die, 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 die und irgendwann vergeht da die los. Und das liebe ich so an meinen Sachen auch grundsätzlich, dieses Reinschlupfen, probieren, passt. Das ist einfach mega. Und diese Jeans ist auch so eine, die ist in Happy Size, die ist da, die ist wieder mit Elastan. Hier ist sie anliegend und dann beim Knie, die sie jetzt ein bisschen zu klein hat, gibt es leider nicht den 31, ich habe jetzt die 30 an. Da wird es auch schon lockerer und unten ist sie dann eben ausgestellt, nicht diese Röhrenschien. Und du hast da diesen genialen Gummibund, das ist jetzt Größe 46, die gibt es aber bis Größe 48, ist nicht kleingeschnitten und geht auch wieder hoch rauf, du hast den elastischen Bund. Ich finde, da schaut es halt wirklich wie eine, darf man sagen, Oma-Hose aus, aber es ist sie halt überhaupt dann nicht, wenn du das an hast. Kostet 49 Euro und gibt es von Größe 40, 38, 40 habe ich bis Größe 48 und findest du jetzt auch im Online-Shop. Und ja, dann habe ich noch, weil ich bin so durch das Geschäft, was könnte ich, was könnte ich, habe mir gedacht, wie ein Geschenk ist das, ja. Dieser Pullover, den habe ich dreimal nachgeordert, weil der mega beliebt ist, der passt von Größe 36 bis 40, Größe nicht, der ist dann in der Kategorie Small Size und jetzt eben Black Friday, der kostet eh nur 30 Euro und ist jetzt noch minus 25 Prozent. Im Beige war er einfach am beliebtesten, zum Schluss habe ich dieses zarte Rosa bekommen, auch wunderschön, dann gibt es hellblau und die Farbe Ibiza, weil ich finde, das ist die Meeresfarbe von Ibiza. Und dann habe ich noch einen Pullover, diesen, all you need is love, auch von Größe 36 bis 40, 42, ja, bis 42 und 35 Euro minus 25 Prozent. Ja, das sind jetzt meine Schnäppchen für den Black Friday, wie gesagt, ich schaue aber noch durch, schaue gerne in die Kategorie, vielleicht habe ich ja noch was gefunden, wo ich mir dachte, denke, das kommt auch in den Black Friday und ich ziehe mich um. So, dann wieder aufgestockt, den Pullover mit den Franzen, der war komplett ausverkauft, ich meine, da gibt es auch richtig schöne Farben, also der ist wirklich heiß begehrt, ist auch kuschelig weich, also grundsätzlich achte ich wirklich auf hochwertige Materialien, nichts Kratziges, ja, und ja, wirklich, die Leute, die immer herkommen, die sind immer so, wow, wie sich das weich angreift. Und der ist auch so ein toller, weicher Pulli, kostet 47 Euro, ist schon schön warm und passt für Größe 46, da sitzt er auch noch schön locker. Oder du tragst gern Happy Size, dann passt er auch. Es hat ihm eine ganz zarte Dame, die hat ihn, sie wird es auch sicher sehen, ja, sie hat sich in Dunkelbraun genommen mit einer dunkelbraunen Leder, Leggings, hat Größe 36, 38, schaut mega aus. Aber, dann musst du der Typ sein für Oversize, weil viele sind das nicht, die sagen dann, wow, ich schau aus wie ein Sack und manche tragen Oversize selbstbewusst und kommt einfach, es passt aber auch nicht an jeden, also es muss da passen. So habe ich eh schon das letzte Mal schon herumphilosophiert. Wie gesagt, der kostet 47 Euro, ist jetzt wieder aufgestockt im Online-Shop und das ist ja auch eine wunderschöne Farbe. Mir fällt jetzt leider nur Rost ein, in Dunkelbraun, auch sehr beliebt. Da die Dunkelbraune Magic dazu, gibt es in Größe 1 und 2, jetzt in Aktion auch. Dann dieses Flieder so modern, das Lila so modern, Petrol, auch eine mega Farbe, Royal Blau, strahlt auch und in Schwarz ist der mit den Franzen wieder aufgestockt. Und dann habe ich natürlich auch, so, dann wieder aufgestockt, der asymmetrische Pulli, mein Lieblingspulli, ich habe jetzt mittlerweile schon drei, gibt es in Beige. Dann gibt es Orange, ich habe ja Orange, ich muss aber sagen, ganz ehrlich, dass mein Orange ein bisschen heller ist, das ist ein bisschen dunkler, das Orange. Der kostet ja 53 Euro, passt von Größe 36 bis 44, in Rot, in Flieder, in Lilla, in diesen schönen Jeansblau oder Mittelblau, Dunkelblau und in Schwarz um 53 Euro, der asymmetrische Pulli. Hier habe ich noch ein Traum-Outfit für kleine Größe, da diesen wunderschönen Rock, auch mit Gummizuck, passt von Größe 34 bis 40 und was ich so liebe ist, dass der so viel Stoff hat, der ist so richtig, da tut sich so viel. Der ist mega schön, das ist jetzt der letzte leider schon, der kostet 42 Euro, hast wieder einen kürzeren Unterrock drunter, also passt auch gut kleineren Form und ist so knöchellang, ein bisschen drüber. Und dazu habe ich jetzt diesen klassischen Pulli kombiniert, der ist wieder aus einem ganz hochwertigen Material, aus Viskose, aus Wolle und aus Hasenfell, der kostet 35 Euro, genau, gibt es nur in Schwarz und passt auch von Größe 34 bis 38. Das ist einfach so ein schöner Standard-Pulli, du kannst dann Bläser drüber, die Weste drüber und dadurch, dass der Wolle, dass der Angora dabei hat, ist der haltet dich auch der richtig schön warm. Wenn du in Form bist, ist er aber eben so ein schöner, dünner, klassischer Figurbild-Tonter-Pulli. Dann habe ich hier eine ganz edle Ledertasche, die ist aus echten Leder, hat da diesen wunderschönen Gurt dabei, den kannst du aber auch abnehmen. Und so ist die in diesem schönen Senf, eben aus echten Leder, hier hast du einen Knopf und dann da innen ein schmales Fach mit Zipp und hier zwei Fächer. Also die ist wirklich wunderschön, mit der fahre ich es einfach auf, die ist ein richtiger Hingucker, ganz besonderes Modell, kostet 89 Euro und gibt es noch in Grün auf, einmal in Senf und einmal in diesem wunderschönen Grün. So und dann zeige ich dir meinen neuen Schals, alles schön, kuschelig, der ist mit beige, schwarz und grau, oder? Ja, grau. Ich zeige dann gleich so. Kostet nur 20 Euro, hier ist ein beige, da ist ein grau, schwarz, ist aus reiner Viskose, auch ganz kuschelig und gibt es auch mit Camel, schwarz und beige, um 20 Euro. Dann habe ich hier einen wunderschönen Herzschal in verschiedenen Farben, zu einem zarten, das ist das Rosa oder Aprikot, der kostet 23 Euro. Ja, denkt vielleicht schon an Weihnachten, an Niccolo, den gibt es dann auch in Orange, auch wunderschön, schöne lebendige Farben. Dann gibt es die Herzen auch etwas größer. Um 29 Euro in Camel mit blau, schön zu einer dunkelblauen Jacke, zu einer däsen, schwarz geht immer, Camel, den gibt es auch in schwarz. Schwarz und Camel, beige, die sind halt sehr lieb mit den Herzen. Dann habe ich da noch einen, der ist ein bisschen dünner, kostet 24 Euro. Ah, okay, der ist sogar mit Wolle, der ist aber ganz dünn, also ganz dünner, nicht so ein dicker, wie ich da jetzt gezeigt habe. Der hat 30 Prozent Wolle sogar drin, der hat auch so einen schönen Glanz, so einen schönen Schimmer, das sieht man eh gut. Ist auch so beidseitig, kostet nur 24 Euro, diesen schönen Blumenmuster, auch wunderschön, den gibt es in verschiedenen Farben. Ich finde, das ist so einer, den du es einfach schon auch so tragen kannst, zu deinem Outfit. Die gibt es in Camel, in Grau, in Rosa, in so einer zarten Rosa, auch mit Blau. Schau mal, also die sind, schau mal die Innenseite an. Ja, da ist ein Blauer, genau. Der ist mit Beige und der ist mit Rosa. Dann gibt es ihn noch in Schwarz und in Weiß gibt es ihn auch. In Weiß bekomme ich ihn auch, da ist er noch schon weg. In Reinweiß, auch mit die Blumenmuster. Der ist auch super, den hat schon die liebe Michi sich genommen. Ach, ich denke, der ist auch wunderschön, der Schal. Der ist richtig schön dick, kostet 30 Euro. Der ist richtig, also den könntest du ja, da könntest du dich ja einwickeln drin. Also was ist der? Die sind ja alle aus so einem super Material, aus reiner Viskose. Ja, einfach auch ein wunderschöner dicker Schal. Gibt es in Blau, in Schwarz, mit Beige, Magenta, Rosa oder so in Erdtöne, in Dunkelbraun, in Beige, in Camel. Dann habe ich wieder dicke Katzen, dicke Katzen. Die sind ja auch so schön, so mit dem Farbverlauf. Echt, echt schön. Also wenn du Weißes hat wie eine Katze oder du selber, ja, die haben wirklich eine riesen Freude. Der kostet nur 23 Euro, gibt es noch in diesen Farben und in diesem Farbverlauf. Die dicke Katze und dann habe ich da noch ein paar Katzen. Soll ich da jetzt, soll ich dich auch? Ich zeige dich, die gebe ich jetzt nicht in den Online-Shop. Aber wenn du welche möchtest, schreib mir einfach. Dann zeige ich dir solche zum Beispiel in verschiedenen Farben. Die sind nicht zu dick, die sind mit Katzen. Und diese Runde werde ich noch in den Online-Shop gehen. Vielleicht gebe ich die eh auch in den Online-Shop. Auch ganz liebe, liebe Hunde. Die gibt es in schwarz und in dunkelblau. Schwarz und dunkelblau. Das lassen wir mal da. Dann diesen. Den habe ich jetzt auch wieder nachgenommen. Den hat eine liebe Kundin zu grau und zu dunkelblau. Ist der auch wunderschön, der Schal. Der hat auch ganz liebe Hunde. Den gleichen gibt es auch in schwarz. Und da habe ich diesen in beige. Auch mit verschiedenen Farben. Warte mal, was kostet den Tee? Der ist jetzt natürlich nicht angeschrieben. Der kostet 20. Ich muss schauen, ob alle den gleichen Preis haben. Das war es schon wieder. Sichert ihr vielleicht ein paar Schnäppchen in den Black Friday. Wir sind Donnerstag, Freitag, Samstag für euch da. Wir freuen uns riesig, wenn ihr uns besuchen kommt. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Take es auf, папa. Bis zum nächsten Mal.